...los gehen kann in der roten Ecke mit einem Kampfgewicht von 80 Kilo, nach drei Kämpfen und drei Siegen heute hier zu Gast, Balian Hasso! Balian Hasso, Balian Hasso, Balian Hasso, Balian Hasso! Balian Hasso, Balian Hasso, Balian Hasso, Balian Hasso! Balian Hasso, 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 Balian Has Sehr gut, bravo! Sehr gut, bravo! Bravo, bravo! Sehr gut! Sehr gut, bravo! 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 Go go go! Oh du! Das war, das war! Ja, du, du, du! Ja, du, du! Ja, du, du, du! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Niinchen! Ich rufe! Es Liu! Die vierte und letzte Runde. 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 Und hier kommt das Ergebnis für den Kampf Nr. 3. Punkt Sieg mit 40 zu 36. Die rote Ecke bei den Hasso. Die vierte und letzte Runde. Die vierte und letzte Runde.